Mit dem Lampets Jazz Orchestra, die sich gerade noch mal mit, wie gesagt, dem Streetcaddle Blues vorgestellt haben, noch mal einen dicken, dicken Willkommensapplaus. Musik 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 Hier der Dienstältste, ne? Wie alt? 77 Jahre. Mit 77 Jahren noch so eine Flüsse. Musik 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 Cold, empty bed Springs hot as lead Feel like old net Wish I was dead All my life through I've been so black and blue Even the mouse ran from my heart I've been so black and blue 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 I've been so black I've been so black and blue Musik 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 Irgendwo hier bekannt vor, da habe ich mir ein bisschen recherchiert und habe mir sagen lassen, es kommt von Wilhelm Busch von den Geschichten von Max und Moritz, der Lehrer Lempel, kennen Sie, ne? Der Lehrer Lempel, dem die beiden, mit dem Lempels Jatsorchester, die spielen, ein ganz bekanntes Stück von Herbie Hancock und das heißt Watermelon Man. Viel Spaß dabei! Musik 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 After you've gone. Auch nochmal ein dickes Dankeschön an die Stadt Siegen, dass die uns hier jeden Sonntag im Sommer um vier diese tolle Konzertreihe ermöglichen und dass man hier einfach kostenlos hingehen kann und das ist auch einfach nochmal einen dicken Applaus wert. Ich bedanke mich und hoffe, wir sehen uns diesen Sommer nochmal wieder hier bei Sonntags um vier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen und Bühne frei für ein letztes Mal fürs Länders Jatzorchester. Bitteschön! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020